Was ist das? Ich bin in der Zeit, wo wir kümmern können. Das ist gut, was wir kümmern können. Wir können da nutzen Welle oder eben solche andere Intensiven. Und eine, zwei, drei Stunden, glaube ich, das ist gut. Leider schon zwei Wochen fort. Erfolgslos. Dieser Bad ist in unserem Besitz. Und wir können das sehr gut nutzen. Und jetzt, seit ein paar Monaten, wir können unsere Position erhöhen. Erhöhen unsere Möglichkeiten. Und Sie sehen, wie glücklich sind alle. Und haben Sie gesehen? Mit Ball. Alle spielen gehen. Alle. Und dann, wir können das auch machen. Eins, zwei Stunden. Sechsten oder siebsten oder acht Stunden. Ein Problem. Zwei, drei, vier, fünf Spieler. Kommen Sie. Ich vergesse Sie. Hier gibt Zeit und alles. Die Schule ist auch dabei. Wenn Sie lernen. Handkonditionen im Beruf. Die Schule wird gut.